Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja die sind jetzt im Wald Kies und Kreis, ja Kies und Kreis, ja die sind jetzt im Wald Es gibt immer noch keine logische Erklärung, warum wir wieder hier sind Warum ist wieder alles auf Anfang? Ich verstehe das alles nicht, wo sind die News? Hallihallo liebe Freunde, ihr wolltet die News, ihr kriegt die News Keil Ulu Klack ist zurück auf der Insel Und die Aztalecken vom Muttelstrand Nord haben etwas Neues erfunden Naja gut, ich hab gedacht, alle Gausen leer gepumpt Frauen ausgestorben, alle weg, Muschelstrand Süd hat die alle mitgenommen Was kann ich jetzt machen? Naja, eben fix Zeitreisegerät erfunden Zack, überall wieder pralle Gausen zurückgeholt Allerdings sind da zwei Typen mit durch den Strahl geflutscht Aber das ist mir egal, die hab ich angefasst und dann im Wald nackt liegen lassen Dankeschön, das war Kalt Ulu Klack mit einer total logischen Erklärung, warum wir hier wieder von vorne anfangen Das war die Erklärung? Weißt du? Das war einfach nur irgend so ein Typ, der ein Zeitreisegerät erfunden hat Und hat uns dann nackt am Strand liegen lassen Dann sind wir wieder bei null Keiner wusste ja, wofür dieses Relikt ist, ne? Weißt du, wofür das Relikt ist? Ich weiß es nicht Klar weiß ich das, oh, das ist schon Gammel hier, das ist dann dein Fleisch Wie, ich hab kein Gammelfleisch dahin gelegt Da liegt aber so ein, so ein Gammeliges Ich hab zwei Gammel, also zwei Fleisch mit reingenommen, brennst du? Ja, das hilft gegen den Hunger Achso Ja, stimmt, stimmt, ich hab auch Oh Gott, ich krieg einen Darm-Darm-Infekt Naja, weil du hier wahrscheinlich Altwasser trinkst, das musst du erst abkochen Ja, aber ich muss ja irgendwie Feuchtigkeit gewinnen Ja, aber da, äh, hier hast du ne Limo Ich hab keine Limos, wo hast du Limos her, Alter? Da muss man sich immer schöne Limo holen Ne, ich hab ne blutiger Leck-Axt Schöne Limo, und dann Willst du hier Holz oder Stein? Kannst du den komplett aus Stein sein, oder willst du irgendwie noch ein bisschen abholzen? Ich find, wir könnten jetzt, guck mal, wir haben ja unten Holzrahmen mit Steinboden Dann machen wir oben Steinrahmen mit Holzwand Das ist doch schön, das ist doch Also, dann haben wir gleich noch Design und, äh, Schönheit, alles dann einfiel Dann kommt hier unsere Tür rein Brauchen wir aber erstmal halt jede Menge Ja, wir könnten ja Dings mal auch dann sagen, er soll irgendwie Käpt'n, äh, Wai-Wai, ne? Wai-Wai könnte eigentlich mal hier richtig die Natur zerbersten in der Zeit, wo wir unterwegs sind Oh, da fällt jetzt ein Baum aufs Haus, Vorsicht So, jetzt hol mal hier was Hast du verstanden, Minion? Alles Gläschen, oder was? Wie viele kann man tragen? Zwei Zwei Nun, hab ich da schöne Tür reingekloppt So Aber ich hab, der Holzstamm schwebt, aber es war Wai-Wai Wai-Wai, der alte Houdini mit dem Stamm Mit dem schönen Dickholz Baum brellt Ist noch nur die Frage, ist das schon genug für eine Tür? Wai-Wai-Wai, der trinkt gerade wieder Wasser? Ja, der kann das Der hat nämlich seinen Darm dafür getrainiert Wird der eigentlich jemals wieder normal, oder haben wir den jetzt ins Grundschulalter zurückgesprengt? Ne, der ist jetzt weg Der hat jetzt so ein Aneurysma und dann... Also den kriegen wir nicht mehr auf Kante Naja, klar Dem kam neulich Bautzner Senf aus dem Ohr Da ist dem schönen Bautzner rausgesprudelt Da bin ich vom Glauben abgefallen Eigentlich kann man eine Steintür bauen Warte mal Das wäre nämlich cool, wenn in der Mitte eine Steintür wäre, weißt du? Das ist alles Holz Dein Rahmen Hier, Steintür, es geht sogar Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sechs Schichten Stein Alter, da ist ein Baumstamm runtergefallen Der wird jetzt vom Wasserfall da runter Richtung Strand gespült Und dann wird ein Hai erschlagen Eins, zwei, drei, vier, fünf Warte mal Zwo Das passt rein Da machen wir nämlich ne Steintür In der Mitte Weil das geht Es gibt Steintüren? Ja Geht das denn? Bauen wir rein Na, ich bin schon dran Richtig schön die Natur zerstört Ja, die Natur Übelst den Turm Weißt du, guck mal Wenn wir jetzt hier so ein Turm hinschicken Ja, so ein Todestower, ne? Und dann könnten wir ja da runter ins Tal rutschen Bis zum Strand So eine riesen Seilrutsche machen Oder gibt's ja auch so hier so Schildkrötenrutschen Wie damals? Gibt's die noch? Das weiß ich gar nicht Aber es gibt auf jeden Fall neue Komische, hässliche Dinge Die man machen kann Hier steht das Golfauto steht hier noch im Gebüsch Aber der untere Sockel hier Kann ich jetzt hier nix Kann ich jetzt nix hinsetzen? Wenn ja, das wäre ja richtig doof Aber der Allmann konnte schon wieder in Folge 1 nicht Ihr macht die ganzen Bärenbüsche kaputt Alter Als hättest du in diesem Spiel nicht genug Bären Weißt du so? Die Bärenbüsche Muss ich da unten jetzt wirklich? Naja, da unten muss Holz bleiben Oh, ich hoffe, da geht die Tür dann trotzdem rein Alter, was für riesige Bäume Jahrhunderte sind die gewachsen Au, was war das denn? Da ist ein Baum auf dich draufgefallen Ja, geil Irgendwie man schmeißt hier mit Stämmen rum Irgendwie so eine kranke Sau Ehr nix für, wenn du da stehst Na, wegen deinem komischen Bandwurm Den du jetzt da irgendwie hast Baumbandwurm? Der Junge kann ich mehr klar denken Seitdem der diesen fiesen Durchfall hat, ne? Es wird ein richtig schöner Bunker hier Ich freue mich schon, mich darin zu verstecken Das da muss mit Stein ausgetauscht werden Aber irgendwie kriege ich da unten keinen Stein rein Bekommst du da unten einen Stein rein? Wahrscheinlich nicht, wenn du auch keinen reinkriegst Ich mein, du bist ja hier der Administrator der Runde Ja, aber das ergibt doch gar keinen Sinn Warum soll ich denn jetzt da keinen Stein reinkriegen? Weiß nicht, vielleicht musst du erst alle oberen Steine wieder abreißen oder so Alter, die Bäume sind aber auch lang, ne? Wir können so schön die Natur hier zerstören Warte, du hast dich jetzt rausgeholt Irgendwas hast du rausgeholt Da sind auf jeden Fall Ritzen drinnen unten jetzt Oder ich hab zumindest was gesehen, was ähnlich aussah Da oben Eigentlich hier einen Stein reinmachen Das ist eben das Zelt zusammengebrochen Moment, ich mach mal alle Steine weg Ich mach mal, weil, weil, hol mal die Stämme da aus dem Wasser Gut gemacht, gut gemacht, Junge Gut gemacht Eigentlich ist das Bausystem so So easy Da kannst du nur Holz reinmachen Aber wie willst du deine Steintür bauen? Weiß ich noch nicht Erst locken mit hier so Luxusimmobilie und dann Dann müssen wir später noch so Fenster reinschlagen und so, ne? Ja, das kommt noch alles rein Aber ich will hier halt eine Steintür haben Boah, guck mal, stell dir mal vor, du hättest jetzt Weil du das hier gerade so hinstellst Aber stell dir mal vor, du hättest so einen Zugang Ne? Also so einen kleinen Vorflur Und in dem Flur hängen von innen Fackeln und Köpfe Ja, das wär schon sexy Damit man direkt irgendwie Panik bekommt, dass hier Psychopathen Pausen Das wär auf verschiedene Arten und Weisen ziemlich geil So, jetzt geht's Müsste echt alles wegreißen Wegen diesem Holzrahmen Aber jetzt kriegen wir eine Steintür, Mann Eine Steintür Ja, wir sind so fortschrittlich Ja, so ein Gang Wirklich wär echt cool Wo dann halt wirklich diese ganzen Tierköpfe hängen Damit man richtig sieht Oh Ja Habe ich denn da jetzt gelandet Was ist das für eine perverse Sekte? Wie kann ich mitmachen? Jetzt hab ich hier irgendwie aus Versehen So eine Schräge dran gebaut Kann ich das einfach wieder abhacken? Das klingt falsch Abartig Und pervers Wie kann ich mitmachen? So, jetzt Weiwei legt da oben die Baumstämme hin Und dann rollen sie wieder runter Und er sammelt sie unten wieder ein Und legt sie auch wieder hin Pipetum Weiwei Der arme Kerl Weiwei Oh Gott, jetzt rollen die da runter, die Stämme Meint, jetzt kann ich aber immer noch Ich mach mal hier Ah doch, jetzt geht's Ey, die Büsche ein bisschen Entfernen Look at this, my friend Jetzt brauch ich hier Warte, jetzt brauchen wir als nächstes Ähm Ich wollte sagen, bis jetzt ist das nicht nach der Tür auch Ja, Moment, Moment Ich bin ja noch dabei Na, jetzt wird's schon türiger Thüringer Da, ist das eine Tür oder ist das eine Tür? Alter Aber die muss andersrum Warum ist die andersrum? Ja, stimmt Wobei, hier drin ist ja auch rund Also von innen macht's keinen Unterschied Ja, von außen sieht das irgendwie komisch aus, finde ich So ist besser Ja, ja So sieht's besser aus Ja, geil, oder? Schon nicht schlecht, so eine Tür, ne? Schon nicht schlecht Jetzt könnte man halt hier den Gang der Schande machen Weil man halt wirklich so durch so einen Fackelkorridor muss, ne? Ja, ja Alter, die Tür ist bei mir gerade richtig am Breakdancen Bei dir auch? Stockstrukturen? Nö Man kann auch an die Tür Irgendwie noch einen Griff machen und sowas Echt? Mhm Damit du sie zumachen kannst und so ein Kram Alter Das hab ich ja noch gar nicht gesehen hier Gibt's was Neues? Das ist doch neu Das ist doch neu, oder nicht? Hast du mal den Baumodus gewechselt? Ja, mit X Ja Und da ist direkt hier so Unterschlupf, kleine Blockhütte Hier so ein Anbau irgendwie Achso, ne, das ist nicht neu Baumunterschlupf, das ist aber Es gab doch nur einen, oder? Es gab doch nicht Gab's die Hütte? Nee, nee, die gab's, die gab's, die gab's Nee Doch, 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 doch Und der Stuhl mit Fell Und die Couch Alter Okay, die Fensterläden sind ja cool Der Stuhl mit Fell gab's noch nicht, ne Fliesentisch? Ein Fliesentisch? Wirklich jetzt, wo man Zigaretten stopfen kann? Sieht so aus wie ein Fliesentisch Nee, äh, Couch und so ist neu Der Tisch, den gibt's, den gab's schon Diesen Ecktisch, diesen merkwürdigen Speerständer Steinlager Ey, der schmeißt mit Kot Habe ich dich erwischt, wie du mit Kot wirfst? Komm her So, wie mach ich? Guck mal, ich kann's die Tür abschließen Bam, Tür ist abgeschlossen Kannst jetzt nicht durch die Tür Die Uloglack-Boys greifen an Aber du kannst nicht durch die Tür Ist ja schön Doch, ich kann da durch, oder? Nee, hä? Nee, abgeschlossen von innen Ja, aber dann Das ist jetzt grad dann schlecht, ne? Ja, du kannst ja hier noch rein Ja, ja, noch Aber dann Bauen wir's zu und Alter, es gibt so richtig coole Steinfensterläden Ist auch nicht schlecht Also wäre das sowas wie der Bunker, oder wie? Der Eisenbunker Ah, der schmeißt mit Kot hier noch Ja, sag ich doch Ah, der hat nochmal richtig rausgepfeffert Schweine Schwein Richtige Schweine Ist schon der Saukerl Der Saukbär, der Schweinebär Der Blöde Dem hau ich mal schön sein in der Fräse rein Dort, dem blöden, dreckelischen Schön in der Fräse Schön in der Fräse rein, ihr Mault Ich hab den schön abgemiault Das ist eigentlich schon ne geile Hütte So Für nen Start Ja Runde null Mega Noch ein paar Tierköppe Ein paar Köppe drauf, du Noch schön ein paar Tierköppe drauf So, die Hütte ist wieder offen Der Boy Club erwartet wieder Willkommen im Boy Club Der Boy Club hat wieder Empfang Ja, wir müssten gucken, dass wir uns mal ein paar Limos oder sowas ziehen Ja gut, jetzt sind wir so ein bisschen schon mal eingestiehlt hier Schön eingefettet Das heißt, wir können ja auf die erste kleine Mini-Mission können wir ja dann bald schon gehen, ne? Wir können jetzt Mini-Missionieren Auf X macht man die irre Ach so Es passen jetzt auch viel mehr Stöcke und Steine da rein, oder? Boah, ich glaub 50 gehen immer rein Hier gehen 30 rein, ne? Das ist, glaub ich, immer noch gleich Das ist nicht neu Ich find's eh so irre, du zerklopst da so'n ganzen Busch, ne? Und kriegst irgendwie drei Stöcke raus Ja Ich geh jetzt mal in so Ich glaub, ich fahr mal in so'n Camp rüber Und schau mal, was da so abgeht Hier, wir machen Karren bereit Und holst du mich ab, oder was? Boah, der ist aber ganz schön Verkeil-Ulu-Klackt Ja, der ist da so'n bisschen schlecht geparkt, ne? So Kommen sie ran da Warte, ich sammle grad noch zwei Stöckchen ein für unterwegs Ach, das ist er Ah, ich setze mich entspannt mit rein Zum Fernseher da drüben Zum Fenso Fenso So nett ist mein Sohn, Fenso Das klingt wie so'n Bär aus irgendeiner Fernsehsendung Fenso Hallo, Kündo Ich bin Fenso Wo ist denn da die Straße? Hier drüben Das ist ja voll verwuchert hier Guck mal, da müssen wir alles wegholzen Du musst, ja, ja, eben Und du musst den Weg entlang Link, rechts ist Schlucht Aber das ist, ich glaub, das ist eine gute Position da Ja, zum Verteidigen ist das top Aber da kommt erstmal niemand ran Das Ding steuert sich deutlich angenehmer jetzt Ja, und ist auch schneller, glaub ich Das kann ich nicht sagen Weil es sich angenehmer steuert Das ist wahrscheinlich schneller Aber es war eine gute Sache, dass sie es eingebaut haben Also Die Insel ist halt so gigantisch Wenn du da keine Fahrzeuge hast Ist ja eh jetzt mal ein Todesmarsch irgendwo hin War das unser alter Place to be? Ne Oh, was hängt denn da? Da hängt doch eine Folie Da hängt doch eine Folie Wie geht man nochmal raus mit G? Vielleicht gibt es da auch irgendwie noch eine Sprecke C4 Ladung Oh ja, siehst du, das ist doch schon mal was Irgendwann sind auch ein paar Nachte Ich muss aber direkt ein paar Köppe mitnehmen Boah, das sind viele Nachte hier Ja Bin fast tot Ich hab auch keine Pillen mehr Boah, Alter, die fressen direkt ihren Mate Oi, Mate Mach da hin Alter, ja, wir Bist noch am Leben? Ja, ja, ja Aber ich Du hast mich gerade schon ein paar Mal geschlagen Deswegen wollte ich nicht dazwischen gehen Alter, da war auch echt so richtig Kriegt sich die Schlammgausen, die alte noch Da kommen noch mehr Noch mehr Schlammi Wir brauchen bessere Waffen Boah Guck mal, der windet sich immer noch Der hat einen Anfall Der hat einen akuleptischen Einen akuleptischen Boah, die Gesichtsausdrücke Eine Köppe ist schon krass Ja, ich hab Kannst ja immer nur einen Kopf mitnehmen oder so Ja, leider Aber der hat einen Louis verloren hier Muss ich direkt mal reingucken, was da drin ist Und Prep Meal Oh, kann ich mal reinfegen Alter, guck mal da auf den Baum Moment, ich bin am Essen Guck mal auf den Baum da oben Er ist da hochgeklettert Können wir ihn da runterschmeißen mit dem Stein? Ich weiß nicht Oh, mein Kiesel konnte man noch werfen Ich hab einen Stein Wo ist sie da? Ich hab sie getroffen Wir brauchen das süße Waschbärfleisch Nee, die geben leider kein Fell So ein Mützchen wäre halt geil Wenn man sich so ein Zweck Oh ja, so eine Waschbärmütze wäre toll Ich hab zu wenig Ausdauer Ich bin halt thirstig Ich brauch unbedingt Müssen weiterziehen Kommst du drauf? Achso, ja Lass mal oben zu diesem orangenen Symbol fahren Der zerhackt jetzt auch alles Aber früher hat man noch Blätter noch eingesammelt Während man durchgefahren ist War das mit dem Auto oder mit dem Das war mit dem anderen Ding Ja Kommt man am besten über den Fluss Oh, das ist nämlich ein Fluss Da drüben Oh, oh, oh Sieht nicht gut aus Aber da unten ist doch die Straße Rechts von uns Rechts ist doch eine Oh Das ist Das passt schon Das ist richtig so Oh Gott Nein, nein, jetzt ist alles gut Schon ein bisschen So Hier ist eine Straße Ja, da ist wahrscheinlich auch eine Überquerungsmöglichkeit Dann Denkst du, da pass mal durch Ja, zieh durch Boah Leicht angedeicht, aber Leicht angedeicht Hast du diesen neuen Wonka-Film gesehen eigentlich Nee Da ist eine ganz tolle Stelle drin Wird da jemand angedeicht Nein, da sitzt dann so ein paar Reiche irgendwie Die halt so Schoko-Imperium haben Und dann sagt der eine irgendwie Ja Äh Bla, bla, bla Irgendwie bla, bla, bla Die Armen Und dann macht der eine so Oh Entschuldigung Ich hab ein bisschen Erbrochenes im Mundwinkel Weißt du so Er mag es nicht, wenn jemand die Armen erwähnt Und dann wirkt er wieder So geht's dir doch auch immer, ne? Ich muss so lachen Das ist so ein Moment, wo ich denke Kies würde jetzt sagen Kreis, guck mal Wie bei dir Ja Die Armen Was hat das? So Was haben wir hier? Fernseher irgendwie Kyle Uluglack wohnt hier Ist das Kiles Butze? Was ist das hier? Gibt's ne Batterie Aber mehr nicht Ah, da kommen wir hier in die Höhle Okay Gehen wir beim nächsten Mal rein, oder? Ja, würd ich sagen, oder? Machen wir uns beim nächsten Mal hier in der Höhle gemütlich Mit Batterien Gehen wir schön in die Höhle rein Schönen nachts Dick und Fleisch gaußen Hast du irgendwas An Medizin oder so? Nö, ne? Nö, nix Oh, perfekt Wie die Profis halt wieder Bis zum nächsten Mal, Leute Bewerten, kommentieren Auf Wiedersehen Und Tschö Bblbl